Robes of white, now dark with stain, countless prayers, all in vain, because he let the fear take root. Dark designs are now afoot. Seals lie broken by his words. Enter the unholy hordes. Darkness falls, blood shall be spilt, but another carries guilt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. 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 Okay, also hatte ich schon gesagt, herzlich willkommen zu diesem Let's Play, zu der Folge. Jetzt, äh, wir gehen gerade dem Antipapst. Aber hier an dieser Stelle waren echt zwei Bosse. Und ich glaube, der eine lebt noch. Der eine ist noch da oben langgelaufen. Da oben mit dem kleinen da. Die kleinen Schnitzel hier, die müssen wir noch erlegen. Ja, und er macht, was er halt immer macht. Er läuft weg. Das feige Getier. Nun gut, wir sind auf dem Weg zum Antipapst. Wir haben wieder mal einen Boss, den wir besiegen müssen. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Das ist mit dem Mann aus Lander ein Problem. Das ist mit dem Mann aus Lander. Okay, ich sag mal, die Ereignisse überschlagen sich. Zutaten, sehr gut. Also unten ist der Antipapst, da gucken wir uns das noch nicht um. Wir müssen auch hier oben lang gehen. Es ist einfach unfassbar. Vor allen Dingen spiele ich gerade mit diesen kleinen Kopfhörern. Es ist so laut, dass ich glaube, dass ihr hören könnt, was ich höre. Aber ich war mir gerade, als ich startete, noch nicht so sicher, ob ich noch mal rausgehen will heute. Ich kann mit meinen Kopfhörern, wenn ich die aufsetze, kriege ich anschließend um die Ohren so ganz hässliche Haar-Dings. Also, wisst ihr, was ich meine? Die Haare dann so komisch. Dann kann ich nicht mehr rausgehen. Ich bin ja eitel. Ja, ich habe heute unfassbar viel gemacht. Ich habe meine Quartalsabrechnung geschafft. Sehr gut. Gut Geld verdient im ersten Quartal. Das kann so bleiben. Fürs Zweite. Na ja, und dann habe ich die Zalando-Bestellung noch anprobiert. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ich habe meine Hose. Oh, Moment. Ich habe bei der Zalando-Bestellung Weite und Länge verwechselt. Aber interessanterweise... Also, ich habe sonst eine Weite... Na gut. Eine Länge von 36. Das heißt, ich habe jetzt eine Weite von 36. Statue. Okay. Und trotzdem ist die Hose zu eng. Jetzt könnte der eine oder andere meinen, ja, offensichtlich bin ich fett geworden. Das will ich auch nicht ausschließen. Aber so fett... Was ist hier los? Ich will... Sind das die von heute, Ratte, Radio 22, das haben wir gestern gemacht. Ja, das waren die von gestern. War noch ein Limithersteller, da werden die Stadt mal besuchen gehen. Das werden wir machen. Jetzt kommen wir ja an den, wir werden mal hier die Schätze auflösen. Wie gut, dass das gar nicht laut ist. Oh, wir haben einen Schlüssel bekommen. Das ist nice. Ah, wir sind mal her mit den schicken Münzen, XP, Wurdenkarte, wundervoll. Und eine unidentifizierte Magenschockkessel, ja. Okay, wir haben zwei goldene Schlüssel. Was sollen wir damit machen? Bleib und hör für ein paar Zeit. Oh, ich kann sehen, dein Zukunft ist sehr krass. Okay, gibt es was, was wir jetzt aufleveln können? Die Rüstung. Ja, ich will irgendwas von den... Ich will irgendwas von dem auf... Warte mal, was können wir denn hier aufleveln? Magisch. Stellt alle zwei Sekunden ein Mana wieder her. Ja, machen wir das mal. So. Alle zwei Sekunden ist natürlich krass, ne? Stellt hier die Sekunde ein Mana her. Dafür bräuchte ich noch... Ähm, was? Zwei Todkarten. Warte mal. Todkarten sind doch die hier, oder? Machen wir doch mal eben. Man kann das, wie ihr sehen könnt, auch abbrechen. So. Stellt hier die Sekunde ein Mana wieder her. Beschleunigt die Wirkung bei 19 um 30%. Ah, kostet 20.000. Ja, das... Naja, gut. Wir wollen es nicht übertreiben, gell? So, komm mal, Burschi. Und wir werden hier mal einfach einsetzen. Ja, ich Idiot. Das hätte ich natürlich auch vorher machen können, bevor ich den Kessel für viel Geld kaufe. Naja, gut. Gut, wir gucken uns jetzt mal den... wir gucken uns jetzt mal den, äh... Antipapst an. Ich denke mal... Oh. Haben wir gesehen, der stand 15 Minuten 30. Das heißt, wir werden es heute nicht mehr schaffen. Schade eigentlich. Zeit, um meinen dunklen Kloch zu sein, Sprecher. Auf deinen Knochen. Nein. Ernsthaft? Ich habe gar keine einzige Karte mehr. Okay, jetzt habe ich ganz andere Karten, als die, die ich normalerweise habe. Oah. Wisse, da rüste ich mich extra aus, und dann sowas? So wie in Folge 1. Du hast den Boss noch nicht getötet. Ja, das ist mir klar. Mal hier mal durch die Türe gehen. Das Ding ist, ich will auch nicht, ähm... Ich will meine Karten wieder haben. Okay, ich muss... Oh. Kann man die zwischendurch mal wegsortieren? Moment mal. Okay, es sind noch ein paar einfach not usable. Hier ist noch eine. 15 Karten fehlen mir noch. Magischer Schwung. Mal sammle 50 Malerkristalle vom Boden auf. Äh, okay. Ich habe das Zwischendurch bekommen, bevor der Boden... Halt, 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 halt. Ja, so weit, so gut. Oh. So, okay, 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 okay. Ja, wir machen das schon noch, wir machen das schon noch. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen. Momentchen mal eben, ich muss das hier mal auf die 4 legen. Was? Kann sein, dass wir... ...den Boss tatsächlich erst am Ende treffen. Also, in der nächsten Folge, meine ich. So, ein bisschen schauen. Huh, huh, huh. Oh, oh, da ist die Säule vielleicht kaputt gegangen. Ah, es tut mir leid. Hier unten ist noch eine Karte. Im Grunde genommen brauche ich nur meine Karten. Alles klar. Ich würde sagen, im Grunde genommen brauche ich nur mein Karten-Denk. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. So, hier können wir aber jetzt nochmal Faux machen. Dann müssen wir hier durch die Türe gehen. Dann müssen wir hier durch die Türe gehen. Ganz kurzes Momentchen. So, nehmen wir doch mal kurz die weg, die wir nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ich will so ein bisschen den Überblick behalten. Und ich will vor allem mein Bild nicht aufgeben. Einmal schon, das war halt auch kein Problem. Da ist noch einer. Du willst es, du kriegst es. Mann, wie schnell die Zeit vergebt. Abhilfe ist es leider auch nicht das Richtige. So, einfach mal totes sagen. So. Ah, sind Fuß. Okay, wir sortieren das nochmal weg, denn links ist hier weg und die Abhilfe hier weg. Ich weiß nicht, ob das das hier war, aber ich weiß nicht, hier fehlt noch das Schild, glaube ich. Na, wir gucken mal. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was da war. Wir finden das schon noch raus. Ja, und dann geht es in der nächsten Folge tatsächlich zum Anti-Papst. Das gilt nicht. Was sind das hier eigentlich? Äh, Zielmonster in Richtung des Ziels. Das lassen wir auch mal weg. Helm lassen wir mal weg. Wir hatten keinen Helm an. Ich muss nicht trinken, ich bin voll, oder? Was ist das jetzt hier? Ja, okay. Hier gab es den dritten, den machen wir auch noch schnell. Okay. Ja, Freunde der Nacht, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge beim Anti-Papst. Wieder, macht's gut, bis dahin. Tschüssing.